Moin Moin, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge Hof Bergmann auf dem Weg zurück zum Hof. Ich habe ja mit dem kleinen MB-Truck gerade den Acker da gedüngt, beziehungsweise gekalkt, nicht gedüngt. Und während ich da so rüber gefahren bin, ist mir aufgefallen, erstens mal, dass ich euch gestern, was den Shader angeht, ein bisschen Blödsinn erzählt habe. Könnte man so sagen, denn, mal kurz gucken, ob ich, na, könnte ich mal ganz kurz, fahr mal ganz kurz ran hier. So. Denn, was den Shader angeht, das ist jetzt Shader an und das ist Shader aus. Ich weiß nicht, ob man es genau sieht, doch, man sieht es. Na, das ist jetzt dieser Natural Graphics Shader, den es bei Forbidden Mods gibt. Und den ich euch gestern fälschlicherweise genau andersrum gezeigt habe, weil er sich beim Reinpacken oder beim Einfügen ins Spiel schon aktiviert hat. Und man ihn mit G gar nicht mehr aktivieren braucht. Und, äh, mit G, mit Einfügen. Und deswegen hatte ich da gestern das Problem, dass ich ihn quasi abgeschaltet habe, anstatt ihn anzuschalten. Und, wollte ich euch nur mal kurz gezeigt haben. Was ist das hier eigentlich? Ist da so ein Stückchen gemacht und ein Stück nicht? Hm. Eigentlich schon fertig alle mit der Aussaat. Na, bei einigen Leuten weiß man nicht, was denen durch den Kopf geht hier. Also, hier auf dem, auf den Äckern. Hier sind teilweise die Felder so halb angefangen. Das ist das Feld allgemein. Hier, guck mal. Hier ist er auch. Hier fehlt auch komplett die Seite. Keine Ahnung, was die hier vorhaben. So, ich hab auch gerade festgestellt, ich bin ein bisschen zu schnell gefahren. Äh. Ich hab mich schon gewundert, warum ich mit der Pflegebereifung, also warum ich so hin und her gewackelt bin. Aber das lag gerade an der Pflegebereifung. So. Okay. Hopp. Nicht zu schnell werden hier. So. Nee, ich hab gerade beim Fahren. Ich bin so, hä? Links, rechts, links, rechts. Da los. Hätte ich mal nach vorne aus der Scheibe geguckt, hätte ich gesehen, dass ich Pflegebereifung drauf hab, ne? Und man da vielleicht nicht unbedingt so schnell rasen sollte. So. Aber, äh, in Bezug auf gestern meine Aussage, ne? Ähm. Ja. Äh, ich habe eigentlich, oder ich war eigentlich beim, ähm, wie heißt das Ganze? Gute Zeug. Beim, jetzt komm ich nicht drauf. Mensch. Wo hab ich denn da vorgemacht? Ach so. Genau. Ich war eigentlich bei der Klee-Ernte und hab jetzt irgendwie das Düngestreuen vorgezogen. Oder das Kalten. Also von daher, wer jetzt geschrieben hat, du hast mit, äh, mit dem Klee aufgehört. Ja, ich war noch nicht mit dem Klee fertig. So, dementsprechend stellen wir den hier mal einfach hier hin. So, dann müssen wir nachher noch sauber machen. Lass den mal kurz stehen, weil ich muss den anderen bestimmt auch sauber machen. Und dann gehen wir nochmal hier bei. Das Klee hatte ich, was hab ich mit dem Klee eigentlich gemacht? Den Kühlen verfüttert hatte ich es nicht, ne? Ne, ne? Ach, das ging nicht, weil die auf dem Dingens sind, genau. Die hatten noch. Das heißt, ihr wüsstet es ja eigentlich. Klee. Klee. Was hab ich mit meinem Klee gemacht gehabt? Weiß das noch jemand? Hab ich die gelagert? Hab ich überhaupt schon einen Anhänger voll gehabt? Was hab ich mit dem Klee gemacht? Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß, dass ich irgendwo Klee hingekippt hab, aber nicht wo. Ah, ich weiß wieder. Okay. Siehste? Manchmal kommt das so wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Ich hab das auf der anderen Seite in die Schüttguthalle geschmissen. Ja. Ja, wir waren noch nicht fertig. So. Hiermit war ich ja eigentlich stehen geblieben, aber irgendwie wieder von abgekommen. Ja, also eigentlich war Klee-Mäden dran. Und dann irgendwie schnell, schnell den Kalk. Keine Ahnung warum. Aber gut. In dem Falle machen wir jetzt im Nachgang nochmal hier den... dieses kleine Klee-Stück fertig. So viel dürfte das auch gar nicht mehr sein. Nö, das ist nur noch so ein kleines Stück. Ich weiß auch gar nicht, was ich danach mit dem Feld machen muss. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaub, ich muss es einmal... flügen und neu ansehen. Oder wächst Klee von sich aus wieder nach? Ja, ganz geil, mal testen. Wenn wir hier fertig sind mit der Ernte. Verdammt. Ich wollte nicht ins Gras. So. Gut, passt. Ich hoffe mal, ich krieg noch den Ladewagen überhaupt voll. War das jetzt hier hinten eigentlich Klee oder war das? Ne, das hier hinten war Gras. Okay. Ich hab alles noch so ein bisschen am Feldrand liegen. Also ich muss... Tatsächlich, nachdem ich jetzt hier fertig bin mit dem Mäden... muss ich tatsächlich nochmal bei... und muss mal irgendwie in irgendeiner Form nochmal die Ränder abfahren. Und vielleicht auch mal das Gras noch mitnehmen. Das kann ich noch in mein Hochsilo schütten. Dann können wir da ein bisschen Silage von machen. Oder muss ich hier irgendwie den Rest wegkriegen? Wobei, wie gesagt, ich bin halt gespannt, ob ich da jetzt wirklich... Weil es sieht ja eigentlich aus wie Gras, ne? Wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt. Von daher dürfte ich ja eigentlich nicht... äh... flügen müssen, sondern das Ganze könnte eigentlich von sich sein. nicht aus einfach weiter wachsen. Na, mal gucken. Wir werden sehen. Ich werde es gerne mal testen. Und dann wissen wir da ganz genau Bescheid. Achso, apropos ganz genau Bescheid, ne? Leute, heute Abend ab 19 Uhr, ihr wisst Bescheid. Hier wieder auf dem Kanal, ähm... LS-Livestream. In dem Falle, äh... von der Holzer-Map. Da wir da ein bisschen was, ähm, ähm, holzigen Holzwinter zu tun haben. Also könnt gespannt sein. Wir haben aber ein bisschen was im Forst zu erledigen. Na, weil da wir Winter haben und da können wir gut in den Forst rein. Von daher lohnt es sich dabei zu sein, ab 20 Uhr... äh, ja, ab 20... Ab 19 Uhr heute Abend. Ihr auf dem Kanal. Müsste eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier seht, auch schon angekündigt sein. Eingetragen sein, gepostet sein, etc., etc. Von daher am besten draufgehen auf den Stream, Glöckchen aktivieren, Erinnerung einrichten und dann verpasst ihr keinen, äh, dann verpasst ihr nicht den Anfang von dem Stream. Glöckchen auf dem Kanal sowieso aktivieren, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Und nicht nur hiervon, sondern allgemein. Und gerade wenn du neu bist auf dem Kanal, lass sehr gerne ein Abo da. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Und lass nur mal so am, 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 am Rand. So. Nu dürften... Oh, kriegen wir das noch alles rein, bitte, bitte. Das wäre total smart, wenn wir das alles da noch reinkriegen würden. Wobei, ne, ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird nix. Wir werden zwar gut in die Richtung kommen, aber ich glaube nicht, dass wir alles reinkriegen werden. Schauen wir mal. Vielleicht Don? Na, ne. Wir sind bei 85%. Das war jetzt eine Bahn, war jetzt 5, äh, 10%. Vergiss das. No chance. Wollen wir mal gucken. Nehme ich den Rest, wie gesagt. Ein bisschen was hier. An Gras muss ich sowieso nachher aufsammeln. Da werde ich einfach mal das Mähwerk vorne, denke ich, mal weglassen. Oder ich mähe gleich mal meinen Rand mit. Ah, ich mähe vielleicht den Rand mit. Mach vielleicht einen... Guck mal, sieh, einen Ladewagen vollkrieg. Und da müssen wir uns mal drum kümmern, was wir hier auf der Wiese... Okay. Ja, ja, gut. Gut. Ich meine, weißt du, das Ganze in den Ladewagen zu packen, wäre deutlich sinnvoller. Als wenn du einfach nur drüber fährst, ne? Weil das Plattfahren bringt uns da nicht so viel. Wir brauchen das Dingli. Der war jetzt... Ah, geile Aktion jetzt. Ah, da kann ich aber gleich nochmal kommen hier. Weißt du was? Komm her. Brich das erst weg. Das macht keinen Sinn, wenn ich da jetzt hier noch eine halbe Bahn anfange. Schmeißen wir es drüben in unser Silo, da wo schon der Anfang davon liegt. Ich hoffe, das bleibt da auch drin. Und geht mir nicht irgendwie kaputt. Zumindest so lange, bis ich jetzt die Tiere reingeholt habe. Aber schon überlegen, wenn ich jetzt das Milchvieh wieder rein stelle, und das quasi dann im Stall Milch produziert, aber mir hier für die Draußenweide vielleicht, oder hier für die Weide, aber ich mir da vielleicht Zuchtbollen hole, dass wir so ein bisschen Abwechslung drin haben, was die Tiere angeht. Muss ich mal gucken. Wäre eigentlich eine gar nicht mal so schlechte Idee, glaube ich. Und dann hätten wir gleichzeitig auch noch ein bisschen Fleisch, was wir verkaufen können. Und der Schlachter freut sich. Darüber, wenn wir ein Mettbrötchen geholt haben. Da müssen wir mal gucken. Dass wir denen auch frisches Mett liefern. So, muss mal gucken. Ich habe das Ganze... Da habe ich es reingekippt, ne? Ja. Ja, schon ein bisschen Folie drin, ne? Kriege ich den da hochgedrückt? Eher weniger. Ich will es auch nicht überfüllen. Käme ich lieber noch ein bisschen was daneben. Machen wir zwei von den Dingern sonst. Ja. Im Hof-Silo hatten wir ja gesehen. Wird es nicht angenommen. So, immer so ein Stückchen hier. Damit hier alles reingeht. Okay. Okay. Das Silo sieht auf jeden Fall schon mal besser befüllt aus als das andere. Gut. Das hätten wir. Kommt keiner. Ja, aber wie gesagt. Also das mit den Bullen. Wäre eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Alternative. Weil dann hätten wir Milchvieh, Zuchtbullen, Schweine, Ziegen. Schafe habe ich jetzt noch nicht. Pferde habe ich ein paar, ja klar. Aber Hühnergänse. Also ich denke mal zum Verkauf hin ist das gar nicht mal so schlecht. Gerade die Gänse so zu Weihnachten. Denke ich mal, werden wir die ganz gut los. Und bei den Ziegen, ja eher auf Lamm, ne? Lämmer. Genau wie die Kälber. So in die Richtung. Und auf geht er. Mal den Rest rübergeschwarrt, was wir jetzt hier noch runterkriegen. Wobei mich halt auch wirklich eher interessiert, ist das Ganze jetzt gleich Wachstum oder ist das Ganze jetzt hier abgehend. Es funktioniert ja leider nicht, dass der Season-Mod den Klee erkennt. Na, wenn ich jetzt aussteige oder auch die Feld-Info, die erkennt den Klee nicht. Oder erkennt das hier nicht als Feld an. Das kann natürlich auch sein. Ich kann euch das gerne mal eben zeigen. So. Denn wenn ich jetzt hier mal aufsteige, sagt er mir zwar Klee, sagt mir auch 89%. Moment mal. Mal ganz kurz zu einer Stelle, die nicht... 0%. Aber er zeigt mir an Klee. Jetzt ist er... Mir interessiert das jetzt mal. Also, das ist Klee. Eindeutig. Im Wachstum sind die Stellen. Abgeerntet. Das bedeutet doch eigentlich, wenn das abgeerntet ist, dass ich das Ganze pflügen muss. Und wieder neu ansetzen muss. Na, muss ich mal gucken. Muss ich pflügen? Nö. Ist für ihn auch irgendwie keine Feld-Definition hier, oder? Ja, aber Klee ist aktiv. Gras ist halt nicht aktiv. Uh. Deswegen ist nicht aktiv. Aber eigentlich ist es doch wie Gras, oder nicht? Egal. Wir fahren mit der Scheibenegge rüber. Und dann werden wir das ja sehen, was passiert. Und im Zweifel pflanzen wir einfach den Klee neu an. Oder machen hier was anderes drauf. Ah, ja. Wobei jetzt... Um die Jahreszeit ne eher Klee. Den will ich dann ja auch nächstes Jahr... Oder im Frühjahr hau ich den auf die Felder drauf, die wir haben. Über Winter. Im Herbst drauf. Für den Winter so rum. Wobei... Das ist jetzt die Frage. Hauen wir Klee drauf, oder hauen wir lieber Gras drauf? Oder Ölrettich? Weil, wenn ich jetzt den Klee die ganze Zeit lagere... Ich kann ihn auch in den Komposter schmeißen, oder? Ich kann da Kompost draus machen. Das wiederum als Dünger? Das ist auch eine gute Idee. Hauen wir nächstes Jahr das Ganze als Kompost? Oder hauen wir das Ganze in den Kompost im Frühjahr? Dann haben wir auch gleich schon ordentlichen Hummusboden. Den können wir wieder als Dünger auf die Felder bringen. Ah, das ist auch gar nicht mal so eine schlechte Idee. Dann werden wir uns vielleicht doch die Felder da mit... mit Klee vollhauen. So. Also, das war das. Gucken wir mal. Das müsste jetzt eigentlich alles an Klee gewesen sein. Dass wir dann nicht nur um die Graskante fahren können. Entschuldigung. Dass es dann passt. So. Dann hätte wir das auch. Aber wie gesagt, denkt dran, heute Abend ab 19 Uhr Holzer Map Livestream. Geh auf den Kanal. Seid alle dabei. Seid alle schön anwesend. Ich würde mich freuen. Oder ich freue mich jetzt schon drauf, mit euch diesen Stream angehen zu können. Und ich würde sagen, dass ich jetzt hier mal kurz das Ganze wegfahre. Und für euch soll es das nämlich für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei mir ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht und einen schönen Morgen. Je nachdem, wenn ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.